hallo und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal leute wir sind heute hier im 50 gegen 50 pump gun modus unterwegs und ich muss ganz ehrlich sagen dieser modus gefällt mir wirklich richtig richtig gut hier kann man wirklich richtig schön runden machen und kann man auch richtig viel ep sammeln deswegen spiele ich den modus hier auch und wir haben hier sofort das chat pack gefunden und einen chucky chucky chuck und ich sage euch so dieser modus macht mir wirklich richtig viel spaß und ihr seht schon ich habe mit den eiskönig freigeschaltet und ich sage dazu nichts lasst es ganz kurz auf euch wirken und dann treibt mir einfach eure meinung dazu in die kommentare also ich weiß nicht was ich zu diesem skin sagen soll der sieht einfach nur heftig aus er sieht wirklich einfach nur heftig aus und ich weiß nicht was ich zu diesem skin noch weiter sagen soll bester skin bester level 100 skin finde ich meines erachtens nach also mir gefällt er wirklich richtig richtig gut schreibt auf jeden fall auch mal eure meinung unten in die kommentare rein ich habe mir wirklich nur 15 battle pass stufen gekauft weil ja weil ich nicht unbedingt haben wollte das heißt nur 15 battle pass stufen schon was aber halt nicht jetzt so viel und ja dachte ich mir so habe ich mir einfach mal so gekauft und hat sich finde ich meine sachen nach richtig gelohnt und verstehe gerade nicht was hier von nosken unterwegs ist weil er die ganze zeit die truhe vergisst aber ja ballons oder kreppler ist jetzt sagen die ballons mit diesem sehr gut mit chat pack so ich bin mal so und ich muss gerne sein dieser skin gefällt mir richtig gut und ich bin froh so zeitig battle pass stufe 100 zu sein es hat einen ganz besonderen grund und zwar könnt ihr dadurch richtig 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 schnell level also ihr könnt wirklich so schnell level jetzt zum beispiel ich ich kriege jetzt für die herausforderung alle ep ich glaube ich kriege jetzt für eine tägliche herausforderung kriege ich jetzt glaube 1000 ep und das ist schon wirklich cool rechne das mal 14 tage um da kriegt er 14.000 ep und also ja was will man ich würde mal sagen was will man mehr hier sind noch kleine minis lasst mir jetzt mal also was will man wirklich mehr ich verstehe es nicht was man noch mehr möchte und gefällt mir wirklich richtig richtig gut und ich finde battle pass lohnt sich immer holt euch ihn auf jeden fall er sei das t hier erreicht hat mit diesem skin dann schafft ihr das auch und habt ihr diesen skin und keine ahnung ich weiß nicht was dazu noch sagen soll der sieht einfach nur krass aus damit nur mega cool ja warum habe ich mir jetzt diesen modus ausgesucht ich finde diesen modus richtig richtig cool ich weiß nicht ob ich das schon angesprochen habe mein lieblings wurde heute richtig richtig cool und also der modus macht halt bock finde ich weil erstens hier captain glauben ist mir gerade den nutjob weggeschnattern nehmen wir sind da hinten ähm ne weil ganz einfach ja ich finde man kann halt in diesem modus sehr sehr schön viel ep sammeln und ja lecker lecker so da kann man gleich hier das rift mitnehmen auf entspannen guck mal wo hier vielleicht ein paar fights sind da unten oh ja da unten da braucht jemand Hilfe gott nein das sind auch noch andere gegner risiko ein down so beide down und so gut beide down das schmeckt äh ich jetzt sagen wir gehen uns mal ganz kurz hier den bg ähm genau also schmeckt wirklich richtig gut das kind und ja hab gerade eigentlich auch ganz gute hits getroffen das ist nicht immer so ich treffe auch sehr sehr oft nicht also ja pampa modus macht aber auch finde ich richtig viel spaß sein waren auch noch fight und jetzt bekam ja ich habe ja auch noch er wollte auf jeden fall also wenn ihr mehr so von solchen limited time modes mal sehen wollt wie man hier der loot geklaut wird dann schreibt auf jeden fall mal in die kommentare rein ich bin froh dass er jetzt hier zwei tage lang drin bleibt weil er macht wirklich richtig viel bock und ja also ich habe jetzt zwar hier ein bisschen materialien aber trotzdem was haben wir hier noch einen Fallen ich habe jetzt gut ich habe jetzt sagen da können wir mal hingucken gehen ob wir da vielleicht noch den ein oder anderen kill bekommen ich habe noch einen kreiber das ist jemand von uns gut also er macht wirklich richtig viel bock der modus und man kriegt auch so viel ep oh gott was denn hier vorne alles für fights ich weiß nicht ob ich da hingehen soll ich beobachte das war alles hier von oben beobachten das alles von oben hier oben ist aber auch kein flugzeug man ist blöd ne guck mal wie viele gegner da sind selbst wenn ich jetzt dahin gehen würde so wenn jetzt hier wenn ich jetzt vielleicht noch ein paar mitspieler eintreffen von mir dann würde ich sogar hier unten im fight anfangen aber wir sind einfach viel zu wenig gerade hier sind ja alle auch da hinten Gott was ist denn mit das die los was haben die wir sind hier alles gemacht alles abgebaut ja gott guck mal wie viel gegner hier unten ist ja einfach selbstmord wenn ich jetzt hingeben oder das können wir jetzt hier oben mal die truhe ist ja noch was gutes trainer das geht dann selbst wird sagen nehmen wir kurz einen dann jetzt hier unseren schack schack und hier unten sind jetzt hier und ist jetzt langsam etwas verstärkung eingetroffen oh gott ich habe drei gegner oh gott oh gott oh gott hier oben ist noch jemand hier oben ist noch jemand hier oben ist noch jemand jetzt ähm nein ah schade ey ah wie bin ich denn zuwort na ja leute war bin ich eine ganz gute runde gewesen ähm wir gucken jetzt noch hier würde ich sagen den netten gegnern den netten mitspielern zu und ich muss ganz ehrlich sagen meine meinenungen bei den bei den Eiskönig wirklich mega krass, finde ich wirklich richtig cool macht wirklich auch mega Bock mit denen rumzulaufen heißt einfach, ja es hat einfach was richtig cooles und so, muss ich ganz ehrlich sagen, macht Bock ähm, ja schön was macht der? Gott, ist ja alles hier so also, na was auch immer die jetzt noch machen ich würde sagen, wir beenden aber trotzdem hier die Runde und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder wie findet ihr den Eiskön von, sag ich mal in Schulnoten her, 1 bis 6 halt und dann würde ich sagen was ist mit dem heutigen Video? Ich hoffe, euch hat es gefallen war ein kleines Gameplay dabei gewesen aber war jetzt nichts besonderes, wollte ich euch nur zeigen und sagen, dass ihr halt den Skin habt haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.